Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wulong Fallen Dynasty. Die Suche nach der Standarte. Das hier kommt mir halt gerade völlig seltsam vor, dass hier einfach nur diese große Standarte steht. Mir fehlt uns noch, also uns fehlt ein ein. Wie heißt das? Das hier können wir erstmal schnell essen. Uns fehlt ein Pandalein und uns fehlt eine Standarte. Und ich würde gerne, wirklich gerne, zurück zum Ausgang gehen, aber ich weiß nicht, wo das hier sein soll. Hier weiß ich schon mal nicht. Da! Hier geht's runter. Ja! So. So ein kleines unscheinbares etwas. Gut. Gibt's hier noch irgendwas? Warum kann ich hier hin? Hm. Wie schießen? Ja, einfach trotzdem gut, dass es viel aushält. Ja! 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 Da ist nix. Ich hab eventuell draußen was vergessen. Hier ist nur der Tür. Ist die Tür noch zu? Hier ist die Tür noch zu. Warum ist die Tür noch zu? Okay, gut, das erklärt's natürlich. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Warum ist da noch die Tür zu? Wie kommen wir da hin? Hier ist zu. Ähm. Von außen kommen wir da nicht hin, oder? Nee. Leider nicht. Hier zieht's aber. Okay. Andere Seite der Tür. Warum? Warum? Ich bin hier hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier diese Seite ist das. Hmm. Das war's für heute. 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 Das kann ja nur hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist schön, dass unsere Eide sich jetzt hier... Aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sooo... Jetzt wird... Jetzt wird... Jetzt wird... wieder zurückkommen. Ach, ach, ich... Oh, na, ach, ach... Irgendwas Untodes eventuell, oder? Sieht so eklig aus hier. Aber auch ein bisschen verschwommen. Gucken, lässt uns das komische Ding hier rein. Was für eine seltsame Tür. Nein, wir sind nicht 25. Naja. Oh, ist es. Du bist ein Lel-Wang. Darf es heute nicht an sich. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Du bist ein Geist. Aber du hast du einen Geist. Entschuldigung. Wann. Ich habe die Bevölkerung mit den Geheimen. Ich bin heute für den Geheimen. Wann? 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 Das ist so ein Wüß. Ich bin nicht nur ein Wüß, sondern werde ich um die Anlage des T片. Die Wüßel sind der Wüßel. Er sieht aber heftig aus, muss ich schon sagen. Versuchen wir erstmal an zu Zunurve. Oh, nicht unter so groß, oder? Da habe ich total an D&W. Nein, dann beseitig mich D&W, bitte nicht. Nein, ich nehme an D&W. Eidweissfudzip. Alter! Hilfe! Wo bin ich? Oh Gott, ist der Ekelhaft. Das kann ja was werden. Mag der dann vor irgendjemanden? Oh Gott! Ach, Dianwei darf sich holen. Das kann ja was werden. Der hat sehr sehr seltsame Angriffe. Ich mag ihn nicht. Ich finde ihn sehr schrecklich. Hä, wieso habe ich eigentlich noch 24 Willen gehabt? Oh Gott, mit den Attacken komme ich überhaupt nicht klar. Also echt Null. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir versuchen jetzt nochmal ganz kurz mit ihr. Aber sie bewegt sich so extrem langsam. Warum bewegt sie sich so extrem langsam? Also meine. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist eine Ecarbunch. Das ist Finde. Diesen eine Ereprache. Worté. Oh. Hauen wir mal ihn hier und gehen mal auf Reisen. Kommt denn sie mit? Hä, mehr war hier nicht? Doch da. Kommt denn sie mit? Kommt denn sie mit? Was hat die hier noch für ein Problem? Was hat die hier noch für ein Problem? Hä? Na los, kommt er. Hä? Wollte nicht runterkommen. Ach ja, jetzt auf einmal. Okay. 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 Hat jemand 1 Schufe 7 erreicht? Ja. 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 Ja, ich habe immer wieder hier. K strip. Ja. 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 Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Das war's für heute. Nein, nein, nein. Ich möchte es erbeuten. Ich würde ihm wieder sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Der Typ wird ein ganz krasses Kackproblem, glaube ich. Weil er genauso ist wie Dianwei. Groß mit beknackten, schleichenden Angriffen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.